Was natürlich bei vielen Menschen so ist, ist, dass sie sich abgrenzen wollen zu anderen. Es ist ja so, dass die meisten Menschen eigentlich permanent versuchen, sich zur Seite und vor allem nach unten immer abzugrenzen. Also, dass man versucht, besser zu sein als die anderen. Und das, glaube ich, schon ist natürlich etwas, was in einer Marktgesellschaft, in einer Konkurrenzgesellschaft, wo man nur das Recht darauf hat, auf ökonomischen Wohlstand, wenn man sich auf dem Markt durchsetzt, das ist einfach eine Gehässigkeit, die dadurch produziert wird, die sich schon zu einem sehr guten Teil, zumindest aus der Ökonomie, erklären lässt. Hier ist die gute Gesellschaft und ich lade mir hier ja seit mittlerweile über einem halben Jahr Leute ein, die ich wahnsinnig interessant finde, um die so ein bisschen näher kennenzulernen und zu verstehen. Und heute habe ich mir jemanden eingeladen, den ich seit einiger Zeit immer wieder wahrnehme und verfolge und bei dem ich immer dachte, ich frage mich, was das für ein Typ ist. Ole Niemöhn, hallo. Hallo. Dich kennt man als Podcaster unter anderem an der Seite von Wolfgang M. Schmidt mit dem Podcast Wohlstand für alle. Ihr habt mittlerweile zwei Bücher zusammen publiziert. Das erste war ein Sachbuch über Influencer. Jetzt kürzlich erschienen ist praktisch ein kapitalismuskritisches Kinderbuch, was, glaube ich, eine Antwort war auf das Buch von, von wem war es gerade? Carsten Maschmeyer. Carsten Maschmeyer, natürlich. Who else? Der ja auch so ein Kinderbuch geschrieben hat, was so, ne, Survival of the Finest mäßig im Grunde genommen veranlagt war. Und ich habe dich immer so angeschaut, du bist drei Jahre älter als ich ungefähr, und ich habe mir den immer so angeschaut. Da hat er mir so, okay, krass, da steht so eine, so eine Wand aus Intellekt. Und ich habe mich immer gefragt, okay, wie, wie, wie bist du das geworden? Ich sage das so, als wäre das jetzt irgendwie eine Kreatur, dann muss man, aber ich meine das nur positiv, weil ich habe mich so ein bisschen belesen. Du warst so wie ich beim RBB. Ja. Und dann hast du Wirtschaftswissenschaften studiert in Jena, richtig? Ja, also Soziologie und Wirtschaftswissenschaften. Also Soziologie und Wirtschaftswissenschaften. Und dann hast du eben, jetzt machst du eben diesen Podcast. Und ich finde das so spannend, dass ich immer so das Gefühl habe, ich kann dich als Person, wenn ich dich öffentlich wahrnehme, gar nicht greifen. Ist das eine bewusste Entscheidung, die du getroffen hast, dass du über das Thema kommen möchtest? Oder wie ist das entstanden? Nun, zuerst ist es ja so, ich meine, du hast schon selbst gesagt, ich komme ursprünglich, ganz ursprünglich quasi vom Fernsehen. Oder ich hatte dort angefangen beim Öffentlich-Rechtlichen. Und zwar hatte ich dort die Ausbildung gemacht, weil ich später mal Filmregisseur werden wollte. Und es war so, dass während dieser Ausbildung eine Politisierung stattgefunden hat. In dieser Zeit habe ich dann meinen heutigen Podcast-Partner Wolfgang Schmidt kennengelernt, den du schon erwähnt hast. Weil der ja auch Filmkritiken macht im Netz. Und in diesen Jahren habe ich mich, wie gesagt, politisiert, angefangen, mich für Wirtschaft zu interessieren. Und wir haben gesagt, eigentlich braucht es einen Wirtschaftspodcast von links. Das tut Not, weil das war so die Zeit, wo man immer diese Debatten hatte, Identitätspolitik oder Klassenpolitik. Und da haben sich die Linken die Köpfe eingeschlagen darüber, was von beidem ist jetzt notwendiger. Und wir haben gesagt, ja, aber es wird doch trotzdem fast nie substanziell über Wirtschaft geredet. Sowas wie ein Erklärformat, ein ökonomisches. Das gibt es doch überhaupt nicht. Und da haben wir gesagt, das wollen wir machen. Und ich glaube, dadurch kommt dann dieser Eindruck zustande, dass ich jemand bin, der erstmal nur über die Inhalte so im Netz landet. Weil ich eigentlich kaum über mich selbst dort spreche. Was sich jetzt aber gerade ein bisschen ändert. Denn, das kann ich hier schon mal sagen, ich habe tatsächlich ein neues Podcast-Projekt mit einer Freundin jetzt gestartet. Was Ende September dann wir anfangen werden auszustrahlen. Und da wird es dann auch ein bisschen persönlicher. Bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf. Du hast gesagt, du hast angefangen, dich für Wirtschaft zu interessieren. Was war es, was dich daran interessiert hat? Naja, das Ding ist, dass man auf der einen Seite natürlich erstmal sich als junger Mensch noch stört an vielen Sachen, die man in irgendeiner Form als ungerecht oder so wahrnimmt. Also, dass man einfach in die Welt guckt und die enorme Armut sieht auf der einen Seite, den enormen Reichtum und sich fragt, wie hängt das zusammen, wie ist das vermittelt. So, dass man also dann anfängt, irgendwie ökonomische Klassiker zu lesen und da Antworten zu suchen. Also, das war meine Art und Weise, ja, irgendwie sich diesen Fragen zu stellen erstmal. Und das mache ich jetzt persönlich vor allem einerseits durch die Lektüre ökonomischer Klassiker. Und dadurch, dass ich mich sehr für Wirtschaftsgeschichte interessiere, also das ist noch was, wo ich immer gerne viel lese, also was mich sehr begeistert, dass man sich also anguckt, wie haben Menschen zu verschiedenen Zeiten der Menschheitsgeschichte gewirtschaftet, ihre gesellschaftlichere Produktion betrieben. Und das ist irgendwie das, was mich so begeistert, ja, also was mich mit am meisten interessiert, ja. Bei Wirtschaft ist ja das Interessante, ich habe von dem Thema gar nicht so viel Ahnung, aber was ich wahrnehme, ist, wenn ich Diskussionen über Wirtschaftssysteme zum Beispiel wahrnehme, dann, dass es da eine ganz, ganz große Verbissenheit gibt. Also, ich hatte zum Beispiel vor einer Weile, ich habe einen Bekannten, der sich in der CDU engagiert. Und mit dem habe ich dann darüber gesprochen, dass ich es irgendwie befremdlich finde, dass gerade hier in einer Stadt wie Berlin es tatsächlich eher so ist, dass Investoren der Politik vorschreiben, was zu tun ist, als andersrum. Also, dass man sagen kann, wir verkaufen jetzt das halbe RAW-Gelände, was eine Hochburg der Kultur ist, an einen privaten Unternehmer, der dort theoretisch machen kann, was er möchte und was er vor allem möchte, sind zumeist Bürolandschaften, weil man da eben gewisse Regularien nicht hat, die man bei Wohnungen hat und dadurch eben die Mieten deutlich in die Höhe treiben kann und daran viel verdienen kann, was in der Folge Gentrifizierung vorantreibt und so weiter und so fort. Und da habe ich dann gesagt, es kann doch nicht sein, dass wir praktisch so ein bisschen nicht einer Regierung ausgeliefert sind, die wir wenigstens noch gewählt haben, sondern irgendwelche Investoren, die ich nicht kenne, die ich nicht gewählt habe, von denen ich nicht weiß, was die, also ich weiß, was sie möchten, aber ich weiß nicht, was sie für mich möchten. Und dann kommt immer sofort, das ist mir ganz so aufgefallen, sobald du in diese Fragen hineingehst, kommt ganz, ganz schnell dieses Reflexhafte, aber der Sozialismus ist ja auch nicht besser. Und das finde ich so wahnsinnig spannend, weil wir ja da über etwas reden, was wir uns ja selbst auferlegt haben. Das System, in dem wir leben, ist ja nicht vom Himmel gefallen, sondern es ist ein über Jahrhunderte ausbedungenes Ding, dass wir uns, Regeln, die wir uns selbst geschaffen haben, um miteinander gut zurecht zu kommen. Aber scheinbar gibt es da ganz große Vorbehalte dagegen, diese Regeln kritisch zu beäugen und zu sagen, okay, gut, wir erleben hier, dass da gewisse Stellschrauben scheinbar nicht sonderlich gut funktionieren, beziehungsweise dass gewisse Leute übervorteilt werden. Und dass die Macht dann vom Volk verrutscht zu Monopolen zum Beispiel. Also unser gesamter öffentlicher Diskurs findet ja statt über Plattformen, die privat sind. Also Twitter gehört einem Milliardär, der dort schalten und walten kann, wie er möchte theoretisch. Facebook genauso. Und dass dann da so wenig Mut dazu besteht, diese Regeln im Zweifelsfall vielleicht zu ändern, finde ich faszinierend. Ich weiß nur nicht, also war das eine Erkenntnis, die du auch irgendwann hattest? Und wenn ja, wie bist du mit der umgegangen? Ja klar, es gibt diese enorme Verbissenheit, die ist natürlich extrem ideologisch. Also dass man quasi mit dem Siegeszug der liberalen Weltordnung in den späten 80ern, frühen 90er Jahren eigentlich jeder Idee gesellschaftlicher, bewusster Planung, insbesondere von Wirtschaft, eine Absage erteilt hat. Und das ist etwas, wo sich dann tatsächlich diese sogenannten Neoliberalen, also ich meine das jetzt gar nicht als Kampfbegriff, sondern wirklich als einen deskriptiven Begriff. Also es gibt einfach Leute, die sich mal neoliberal selbst genannt haben, also so Ökonom wie beispielsweise ein Hayek, oder auch die Ordoliberalen in Deutschland, die haben sich ja selbst mal als neoliberal bezeichnet. Und die haben ja eigentlich schon in den 1920er Jahren gesagt, eine ökonomische Planung ist nicht möglich, weil ein Preismechanismus, weil ein dezentraler Preismechanismus fehlt. Und diese Behauptung, sind Sie der Meinung, wurde endgültig bestätigt durch den Zusammenbruch der Sowjetunion und der DDR und aller anderen staatssozialistischen Systeme, weshalb jede Bewegung auch nur in Richtung einer bewussteren gesellschaftlichen Planung, welche Ressourcen wie eingesetzt werden bei der Produktion und wie das dann wiederum verteilt wird, dass all das sich nicht gehört, ist für die damit endgültig bewiesen. Und da würde ich persönlich mal ein dickes Fragezeichen hintersetzen. Ja, das ist ja logisch. Also gewisse Ressourcen sind nicht endlos da. Und es ist ja offensichtlich, dass es eben so funktioniert, dass eben trotz allem die Mittel, die wir haben, begrenzt sind und dementsprechend gewisse Leute immer mehr haben werden als andere, wenn man das eben so komplett sich selbst regulieren lässt, in Anführungszeichen. Und dass der Trickle-Down-Effekt nicht funktioniert, das wissen wir seit Jahrzehnten, aber scheinbar gibt es immer noch Leute, die darauf hoffen, dass es irgendwann mal so weit ist. Ich habe das jetzt bei der letzten Bundestagswahl gesehen, wie viele Leute, also wie viele junge Leute, wie viele Erstwähler die FDP gewählt haben. Und da dachte ich mir, das ist so eine innere Utopie. Das ist dieses, für den Fall, dass ich es mal schaffe, will ich eine Partei machen, die für mich Politik macht. Und in Wahrheit ist das illusorisch, weil 90 Prozent von denen werden das höchstwahrscheinlich nicht schaffen. Das ist wie beim Lotto, das ist ein Volker Pispaß-Zitat. Da kann jeder Millionär werden, aber nicht alle. Ja, also es ist ja einfach so, dass diese Tendenz, dass man so ein Wachstum hat, das quasi, ich meine, man sprach früher von Fahrstuhleffekt. Also es hat Ulrich Beck geprägt, diesen Begriff, dass man also eine Gesellschaft hat, die im Ganzen reicher wird. Dass man also nicht größere Verteilungskonflikte hat, sondern dass man so hohe Wachstumsraten hat in den westlichen Volkswirtschaften, dass alle zusammen reicher werden. Diese Zeit ist ja schon lange vorbei. Das ist eine Zeit, die mein Großvater zum Beispiel ja erlebt hat. Das war ja quasi sein ganzes Leben. Mein Großvater, muss man dazu wissen, ist Krankenpfleger gewesen. Und er sagte mir vor ein paar Jahren, für mich ging es mein Leben lang bergauf. Und heutzutage ist es ja eigentlich nicht nur für Krankenpfleger, sondern für fast niemanden mehr in dieser Gesellschaft so, dass man sagt, für mich geht es noch bergauf. Sondern ich versuche überhaupt den Posten, den ich jetzt habe, egal wie gut oder schlecht er ist, noch in irgendeiner Form zu halten und klar zu kommen. Das heißt, es gibt keine gesamtgesellschaftliche Idee mehr davon, dass es allen eines Tages mal besser geht. Das ist etwas, was auch eigentlich gar keiner mehr behauptet. Also es ist auch keine Vision, die irgendwer behauptet. Also klar, jetzt irgendwie Liberale stellen sich hin und sagen, man muss jetzt mal ein bisschen deregulieren und ein paar Vorschriften abschaffen, dann wird es schon wieder. Dann wird wieder kräftig in die Hände gespuckt und Innovation betrieben und dann wird wieder gewachsen. Aber so richtig dran glauben tut da ja in Wahrheit auch niemand. Also hoffe ich mal, weil da müsste man schon extrem verbohrt sein. Und in so einer Zeit, wo also überhaupt nicht mehr realistisch die Hoffnung da ist, dass es gesamtgesellschaftlich vorangeht, ist es doch ganz klar, dass die Leute entweder nach links tendieren. Das ist in Deutschland schwierig. Also ich meine, Deutschland ist extrem antikommunistisch. Also gerade natürlich Westdeutschland extrem, extrem antikommunistisch. Antikommunistisch generell erstmal eingestellt, also gegenüber jeglichen Ideen einer linken Gesellschaftstransformation sehr, sehr kritisch eingestellt. Und dann bleibt ja eigentlich nur noch ein radikaler Individualismus als Antwort darauf, dass es gesellschaftlich eigentlich gar nicht mehr vorangeht. Ellenbogen. Einfach Ellenbogen. Genau, und dass dann junge Leute sagen, okay, es gibt eigentlich kaum noch Möglichkeiten, dass mein Leben besser wird als das meiner Eltern, was für viele Menschen vorher eine Selbstverständlichkeit war. Also für mindestens mal zwei Generationen zuvor, für die eigene Großeltern und Elterngeneration ging es halt eigentlich doch noch weitgehend bergauf. Also die soziale Mobilität in Deutschland, die war immer ein bisschen, ja, ein bisschen störrisch könnte man sagen. Also innerhalb der eigenen Altersgehorte war die soziale Mobilität vielleicht nicht riesig, aber man hatte es doch zumindest immer besser als die eigenen Eltern. Und diese Zeit ist wirklich vorbei und dann fragen sich halt junge Leute, wie kann ich doch noch zu Wohlstand gelangen? Und wenn man dann auf Instagram Karl S. oder so sieht und der einem sagt, ich komme in die Gruppe, wir sind jetzt die, die aus dem Hamsterrad ausbrechen, uns in der Pyramide ganz nach oben schaffen und der Rest der Menschheit kann uns doch scheißegal sein. Und vielleicht schaffen wir es ja noch irgendwie reich zu werden. Dann ist das insbesondere für junge Männer, es ist ja auch ein sehr männliches Phänomen, diese Rechtsruck ökonomischer und kultureller Prägung, ist das für viele junge Männer doch ein verlockendes Angebot. Ich habe mir mal so ein Seminar angeschaut von Bodo Schäfer und da dachte ich mir, was sind das? Also da gehen Menschen hin, die sich über den materiellen Wert, über die Zahl, die auf ihrem Konto steht, definieren, mit ihrer gesamten Persönlichkeit. Die gehen dahin und dann fangen die an zu manifestieren, ich will mit 27 meine erste Million. Keiner von denen sagt, ich will mit 27 wissen, wo ich bin und glücklich sein damit, sondern die sagen, ich will die erste Million. Also das ist so übergegangen in unser Selbstbild. Aber du hast gerade ein spannendes Wort gesagt, auf das ich noch kurz eingehen wollte. Innovation. Denn ich finde, was wir ja gerade erleben, ist eine Zeit, in der es kaum Innovationen gibt. Beziehungsweise die Innovationen, die es gibt, kann man argumentieren, sind auf lange Sicht schädlich. Was war die letzte große Innovation? Wahrscheinlich die Prägung von Social Networking. Ja gut, viele würden natürlich sagen, das Thema KI ist jetzt, also manche behaupten ja, dass wir die nächste industrielle Revolution quasi vorantreiben. Aber bislang ist es da ja auch eher so, dass man den Eindruck hat, die KIs eignen sich, um Deepfakes zu erstellen. Aber irgendein gesellschaftliches Problem, irgendeinen gesellschaftlichen Mangel beheben, tun die deshalb noch lange nicht. Ich erinnere mich daran, dass Richard David Precht ja vor ein paar Jahren geschrieben hat. Das wird ganz toll. So wie die Innovation sich entwickelt, da werden die Maschinen alle die Arbeit für uns machen, so die Fabrik und sowas zusammensetzen und so rumbasteln und so. Also dieses wenig fordernde Gedöns. Und wir Menschen haben dann alle Zeit der Welt, uns mit Kreativität und mit Gedanken und mit Schöpfen zu beschäftigen. Und im Moment erleben wir ja eher die gegenteilige Entwicklung. Mittlerweile kannst du mit einem Song, den dir eine KI geschrieben hat, in die Charts kommen. Ja, es ist schön, dass du dieses Beispiel bringst, weil das ist ja eine Prognose, die in Wahrheit viel älter ist. Also 1930 hatte Keynes, also einer der berühmtesten Ökonomen überhaupt, der hatte ja damals schon so einen Text geschrieben, The Economic Future of Our Grandchildren, also die ökonomische Zukunft unserer Enkel. Und er hatte prognostiziert, dass man nur noch wenige Stunden pro Woche wird arbeiten müssen. Und das hat sich natürlich als total falsch herausgestellt. Klar, es gab Arbeitszeitsenkungen, die aber vor allem auf Produktivitätswachstum einerseits und dann eben auf eine Lohnarbeiterschaft, die für ihre Rechte und für ihr Interesse gestreikt hat, darauf zurückzuführen ist. Auf diese beiden Komponenten, dass es Wachstum gab, also dass die Produktivität gestiegen ist, sodass man quasi mit weniger Arbeit mehr produzieren konnte als vorher. Und dass dann es eine Arbeiterschaft gab, die gesagt hat, wir wollen insgesamt weniger arbeiten. So, das ist der Grund, warum heute etwas weniger gearbeitet wird als vor ein paar Jahrzehnten. Wenngleich das zum Beispiel innerhalb der letzten immerhin fast 60 Jahre in Deutschland auch kaum eine Senkung der Normalarbeitszeit gab. Also ich meine, dass man sich die Fünf-Tage-Woche erkämpft hat, ist nun fast 60 Jahre her in Deutschland. Und seitdem gab es keine nennenswerte Senkung der Normalarbeitszeit. Klar, es sind jetzt dann vielleicht bei vielen Leuten 38, eineinhalb statt 40 Stunden. Aber das ist ja überhaupt nichts. Und auch jetzt sehen wir, es gibt überhaupt keine Diskussion über weniger Arbeit. Das sagt kein Politiker, kein Ökonom. Das sagen nur so Leute wie Richard Tavid Precht quasi, dass weniger gearbeitet werden muss. Die sagen, alles muss mehr gearbeitet werden. Und das ist dann schon das Interessante. Also wenn man jetzt wie ich zum Beispiel von jemandem wie Marx herkommt als Theoretiker, dann ist es relativ klar, warum das eine Notwendigkeit ist. Weil halt Marx einfach sagt, der Kapitalismus ist eine Produktionsweise, wo für den Reichtum der wenigen produziert wird. Und die werden umso reicher, je mehr gearbeitet wird. Und deshalb ist es dann zum Beispiel so, dass eine gesellschaftliche Innovation die Arbeit einsparen könnte. Also dass man quasi sagt, es gibt eine Innovation, meinetwegen auch im Bereich KI. Und durch diese Innovation kann dasselbe wie vorher produziert werden in weniger Zeit. Führt überhaupt nicht automatisch dazu, dass weniger gearbeitet wird. Weil es ja diese zentrale gesellschaftliche Steuerung, dieses kollektive Wir, das sagt, wir arbeiten jetzt weniger, denn uns reicht es ja, was wir bislang als Wohlstand haben. Dieses kollektive Wir gibt es ja nicht, weil nur für den Reichtum der wenigen gearbeitet wird. Und deshalb bedeutet eine Effizienzsteigerung im Kapitalismus überhaupt nicht per se, dass weniger gearbeitet wird. Es kann einfach sein, dass genauso viel gearbeitet wird wie vorher und dass einfach nur verdichteter gearbeitet wird als vorher. Es kann sein, dass dieses Wachstum, das dadurch generiert wird, allen zugute kommt. Es kann auch sein, dass das nur der Kapitalseite zugute kommt. Das heißt also, einen Automatismus der Senkung der Arbeitszeit gibt es im Kapitalismus durch Innovation einfach nicht. Und da deshalb, also weil du so gefragt hattest, was mich dann so ökonomisch interessiert hat, also ich habe, oder wie ich da hingekommen bin, ich habe halt all diese Widersprüche gesehen und ich muss ehrlich sagen, in der marxistischen Theorie habe ich da doch die für mich persönlich befriedigendsten Antworten drauf gefunden, auf das, was mich so, wenn ich in die Welt blicke, verwirrt hat. Wie bist du aufgewachsen? Also wie hast du zum Beispiel den ökonomischen Status deiner Familie in der Kindheit wahrgenommen? Wart ihr gut situiert? Hattet ihr Geldsorgen? Wie war das? Würdest du sagen, du bist im Sinne von Friedrich Merz gehobener Mittelstand? Naja, im Sinne von Friedrich Merz bin ich wahrscheinlich ein Pauper. Also für den Mann bin ich wahrscheinlich Bodensatz der Gesellschaft. Aber de facto bin ich natürlich ein total normales deutsches Mittelschichtskid. Also was halt im Gegensatz zu Friedrich Merz nicht Mittelschicht mit Privatschicht ist, sondern halt Mittelschicht heißt, so Eltern haben eine Doppelhaushälfte und man musste sich nie Sorgen machen. Was ja schon global gesehen ein Riesenprivileg ist. Also damit gehört man global gesehen halt auf jeden Fall mal zu den reichsten 5 bis 10 Prozent auf jeden Fall. Also ich meine, selbst die Ärmsten in Deutschland sind wahrscheinlich immer noch, keine Ahnung, auf dem 85. Wohlstandsperzentil global oder so. Von daher bin ich auf jeden Fall, wenn man es jetzt menschheitshistorisch betrachtet, so privilegiert aufgewachsen, wie es nur ging. Auch wenn es jetzt für deutsche Verhältnisse immer noch relativ normal ist. Und das war eine sehr unbeschwerte Kindheit. Und das einerseits materiell, also dass ich mir nie Sorgen machen musste. Irgendwie ist im nächsten Monat, haben wir da noch ein Dach über dem Kopf oder gibt es da noch was ordentliches zu essen oder sowas. Oder kann man sich den Familienurlaub im Sommer leisten. Das war zum Glück nie ein Problem, weil meine Eltern einfach Angestellte bei einer Versicherung sind. Da wird man nicht reich mit. Aber wenn man halt, keine Ahnung, wenn man Anfang der 90er bei so einer Versicherung angefangen hat, dann hat man da einfach noch ein gutes Beschäftigungsverhältnis bekommen und ist verhältnismäßig gut gestellt. Und dementsprechend bin ich da relativ entspannt aufgewachsen. Einerseits materiell, andererseits auch wirklich mit, ich würde sagen, sehr verständigen, liebevollen Eltern, die uns, also meine Schwester und mich, dazu erzogen haben, unsere eigenen Interessen zu finden. Also die halt Wert darauf gelegt haben, dass gelesen wird, dass man mal ein Instrument lernt oder so. Aber nicht als Selbstzweck, sondern damit man, nachdem man sich mit ein paar Sachen befasst hat, dann irgendwie herausfindet, was einen persönlich interessiert. Welches Instrument war es bei dir? Das war erst Gitarre, später Klavier. Ich war immer zu faul zum Üben. Das war eigentlich das Problem. Also ich bin relativ musikalisch, aber ich bin sehr faul gewesen immer zum Üben und ich bereue das heutzutage sehr, weil sowas wie Musiktheorie, Harmonielehre und so, habe ich nie verstanden. Also ich habe in der Schule, haben wir Quintenzirkel auswendig gelernt und so ein Zeugs. Und ich habe wirklich nie verstanden, was das ist, weil es mich nicht interessiert hat. Also ich bin sehr gut darin, Wissen, das mich nicht interessiert, obwohl es vielleicht sogar recht einfach sich anzueignen ist, komplett zu ignorieren. Also ich habe dann irgendwie gelernt, das in der Schule vorzutäuschen, aber eigentlich habe ich es bis heute nicht begriffen. Und heute würde ich es eigentlich gerne mir aneignen und würde wahnsinnig gerne in Harmonielehre einsteigen als Thema. Aber ich habe einfach nicht mehr die Zeit gerade. Wann wurde dein Ungerechtigkeitsempfinden geprägt? Gab es das mal so eine Situation, dass du irgendwie gemerkt hast, okay gut, ich habe hier jetzt irgendwie in der Schule einen, der mir jetzt erzählt, wir können dieses Jahr nicht in Urlaub fahren, wir haben kein Geld. Gab es so einen Moment, den du festmachen kannst? Nein. Das nicht. Also generell ist es ja so, als Kind ist es ja noch so, dass einen das, was man um sich herum sieht, noch mehr berührt, also dass man noch nicht so abgestumpft ist. Und irgendwie, also das Älterwerden ist ja bei vielen Menschen so ein Abstumpfungsprozess, also dass man sich damit beispielsweise abfindet mit der Armut, die um einen herum ist, dass Leute, die betteln, auf der Straße leben, dass es die gibt und dass auf der anderen Seite Leute so reich sind, dass sie über mehrere Häuser verfügen, von denen sie einige nur ein paar Wochen im Jahr benutzen. Und das fand ich als Kind komisch, ging mir nicht in den Kopf. und irgendwie habe ich mir das nicht abtrainiert bekommen. Also es ist nicht so, dass ich sagen könnte, das ist der Moment, wo ich politisiert wurde oder wo ich dafür sensibilisiert wurde, sondern ich würde sagen umgekehrt, es ist doch eigentlich so, dass fast alle als Kinder dann Unbehagen mithaben und auch die Erklärungen der Erwachsenen einem überhaupt nicht einsichtig sind, warum diese Welt angeblich so zu sein hat und dass man dann aber opportunistisch wird, weil man ja auch seine eigenen Nöte oftmals hat, weil man seine eigenen Probleme hat und halt nicht. alleine den Eindruck hat, viel in der Welt bewegen zu können. Und dann ist es so, dass viele Leute abstumpfen und sich damit irgendwie nicht zufrieden geben, aber halt abfinden, ja. Nicht mehr so viel drüber nachdenken. Und bei mir hat das irgendwie einfach nie aufgehört. So rum würde ich es eher drehen. Du bist Idealist. Ja, also nicht in einem naiven Sinne. Überhaupt nicht. Idealismus ist alles andere als naiv. Nee, klar. Ja, aber es gibt es ja schon auch so ein bisschen in naiv. Also es gibt schon viele Leute, die dann so sehr naiv durch die Welt laufen und dann, also die dann die ganze Zeit durch die Welt laufen und überhaupt nicht verstehen, wie das sein kann. Ja, also die dann immer wieder sagen, wie kann es sein, dass es so viel Armut in so einem reichen Land gibt und die das dann immer so als moralische Anklage meinen, aber sich mit den Gründen dafür nie so richtig auseinandersetzen wollen. Und das ist etwas, was ich bei mir nicht behaupten würde, sondern das ist dann schon so, dass mein Hauptinteresse, mein Hauptgegenstand ist, mir anzugucken, wie funktioniert dieses Wirtschaftssystem und warum produziert es auf der einen Seite so viel Armut, so viel Reichtum, in der Hoffnung, dass man irgendwann Leute dazu politisiert bekommt, daran auch was zu ändern. Wie war das, als du ausgezogen bist? Das war so ein Moment, wo ich dann angefangen habe, für mich selbst, also als ich angefangen habe, für mich selbst zu sorgen, so zu wissen, so ich muss jetzt meine Miete bezahlt kriegen und ich muss zwischendurch mal essen und vielleicht auch hin und wieder heizen und manchmal geht was kaputt, dann muss ich es nachkaufen. Das muss ich jetzt erwirtschaften. Das war so ein Moment, wenn man so aus dieser Behütung herauskam, was bei mir auch eine sehr bewusste Entscheidung war, wo ich dann so zu meinen Eltern gesagt habe, so okay, gut, ich habe jetzt hier, ich habe jetzt 18 Jahre hier von euch die Unterstützung bekommen, jetzt ist es so, jetzt will ich auch den Schritt gehen, so euch mal ein bisschen zu entlasten von mir. Was ein bisschen, ja, nicht hätte sein müssen, aber ich habe es eben so gemacht. Und da habe ich mir so gesagt, okay, okay, das ist eine Welt, die ich so, auf die ich mich nicht vorbereitet gefühlt habe. Wie war das bei dir? Nee, also ehrlich gesagt war es schon so, dass, als ich aus der Ausbildung rausgekommen bin, also ich habe ja dann eine Ausbildung beim Fernsehen gemacht und beim Rundfunk, und ich habe dann angefangen im Fernsehschnitt zu arbeiten und da habe ich noch zu Hause gewohnt, weil in Berlin eine Wohnung zu finden war ja undenkbar. Und eigentlich war es für mich auch ganz bequem, da noch zu Hause zu wohnen. Wie gesagt, ich mag meine Eltern ja auch sehr gerne. Und dann bin ich halt zum Studieren ausgezogen. Und zu dem Zeitpunkt, wo ich halt ausgezogen bin, um zu studieren, hatte ich halt bereits eine Tätigkeit im Fernsehschnitt. Und das ist halt eine, ehrlich gesagt, ziemlich gut bezahlte Tätigkeit, wenn man da freier Editor quasi ist. Und dementsprechend hatte ich dann diese Sorgen und Nöte, die meine Kommilitonen hatten, einfach nicht. Weil ich halt sagen konnte, okay, ich mache halt zwei Schichten im Monat und dann hat man halt irgendwie 500 Euro. So, mit zwei Arbeitstagen im Monat. Oder man macht halt mehr Schichten, geht natürlich auch, wenn man mehr braucht. Und dann bekommt man von zu Hause noch ein bisschen was. Und alles, also dann, nee, also die eigenen Nöte waren es nicht, die mich da angetrieben haben in der Politisierung. Was hat dich denn stattdessen angetrieben? Vielleicht, also vielleicht kann man es ja, also ich habe mir die Frage so nie gestellt. Von daher kann ich jetzt nur versuchen, Antworten zu geben. Es ist ja gar nicht so einfach, die eigene Denkweise, wie die zustande gekommen ist, zu erklären. Für mich war es natürlich dann immer so, dass ich fast mein ganzes Leben lang immer machen konnte, was ich wollte. Also auch in der Zeit meiner Ausbildung war es so, ehrlich gesagt, gab es da auch schon immer relativ viel Leerlauf. Also so ein Fernsehsender hat seine Leerlaufzeiten. Ja, wem sagst du das? Ja, genau. Und dann hatte ich zum Beispiel einen relativ gut bezahlten Job, wo ich aber vielleicht auch trotzdem ein Drittel des Tages eigentlich nichts machen musste. Und dann saß ich halt da und habe so die Bücher gelesen, die mich interessiert haben. Hatte also die Möglichkeit, mich permanent mit dem Zeugs, was mich sowieso interessiert, zu beschäftigen und dafür auch noch bezahlt zu werden. Was natürlich ein Riesenprivileg ist. Und ich glaube, dass mir dann halt so klar geworden ist, dass das etwas ist, was fast keiner in dieser Gesellschaft kann. Also selbst diejenigen, die verhältnismäßig gut verdienen, opfern ja einfach fast ihre gesamte Lebenszeit der Lohnarbeit. Also ich meine, man pendelt ein, anderthalb Stunden pro Strecke hin und her. Also war das bei mir zu Ausbildungszeiten. Man geht acht Stunden arbeiten. Zu Hause erwarten einen die Kinder. Da bleibt überhaupt keine Zeit mehr, um Individualität ausleben, ausbilden zu können. Und ich glaube, das ist was für mich etwas ganz Furchtbares ist, dass sehr, sehr viele Menschen in dieser Gesellschaft eigentlich nie, ich meine, du sagtest mit 27, sollte man sich doch mal die Frage stellen, wer bin ich eigentlich? Und ich glaube, die meisten können sich das ihr ganzes Leben lang nicht so richtig stellen, weil sie in dieser Mühle namens Lohnarbeit und zurechtkommen, weil sie darin festhängen. Und dass man dann gerne eine andere ökonomische Ordnung hätte, in der geplant wird und in der rational verteilt wird und wo dann umso mehr Freizeit da ist, um dann individuell sein zu können. Das ist eigentlich das, wie ich mir das vorstelle. Kürzlich war ja Julian Reichelt bei dir und meinte, die Linke hätte so eine eine Skepsis gegenüber jeglichem Individualismus und ich würde das so halt nicht sagen. Also ich bin, was die Ökonomie angeht, bin ich kein Fanatiker der Freiheit. Also ich würde einfach sagen, es sollte ökonomisch geplant werden, was wird gebraucht, es sollte produziert werden und dann je nach Bedürftigkeit verteilt werden. Wer fünf Kinder hat, kriegt halt mehr als jemand, der ein Kind hat oder kein Kind hat. Ja, aber Freiheit heißt ja nicht gleich Gerechtigkeit. Genau. Ich meine, Gerechtigkeit ist natürlich ein sehr umschrittener Begriff. Also ich meine, Bürgerliche würden sagen, die jetzige Ordnung ist auf ihre Weise gerecht, weil der Markt produziert halt die Gerechtigkeit. Ja, also wer quasi so und so produktiv ist, der darf dann halt auch mehr beanspruchen vom gesellschaftlich geschaffenen Kuchen. Ich persönlich würde dem vielleicht einen anderen Gerechtigkeitsbegriff oder so entgegenhalten, klar. Aber also ich würde halt sagen, es ist ja irrational. Und deshalb, ich würde sagen, ich bin ökonomisch nicht liberal, sondern will da halt schon eine gesellschaftliche, wenn auch gerne demokratisierte Wirtschaft. Klar, also ich will, dass möglichst viele Bedürfnisse der Menschen wahrgenommen werden. Einerseits in der Frage, was wird produziert, wer macht welche Arbeiten und so. Da würde ich natürlich gucken, in meinem Sozialismus in Anführungszeichen, dass man dem möglichst nahe kommt. Aber dass man dann schon auch versucht, die Arbeitszeit so zu reduzieren, dass die Leute überhaupt erst Individualität entfalten können, was sie oftmals in dieser Gesellschaft kaum tun können und was sie verbittert, was sie vereinseitigt und was ihnen so viel von dem, was sie vielleicht sein könnten, nimmt. Kann man sagen, dass wir darauf zum Beispiel auch schon in einem Schulsystem so getrimmt werden, was eben eine Leistung in allererster Linie quantifiziert? Das ist schwierig. Also das deutsche Bildungssystem hat ja irgendwie mehrere Seiten. Also auf der einen Seite gibt es dieses Humboldtsche Bildungsideal, dass man irgendwie von allem mal was gelernt haben soll, von allem ein gewisses Verständnis durchaus auch haben soll. Also dass man nicht einfach nur Vereinseitigung produziert, sondern dass man auch fernab reiner ökonomischer Nützlichkeit Bildung jungen Leuten zuteil werden lässt. Das gehört ja schon irgendwie zum deutschen Bildungssystem dazu und dennoch ist es so, dass das natürlich in Wahrheit etwas ist, was vor allem dann bei den Leuten aus in Anführungszeichen gutem Hause so richtig in der Form ankommt. Also bei vielen, die beispielsweise schon früher die Schule verlassen, die halt, weil sie zum Beispiel von zu Hause aus eigentlich gesagt bekommen, ihr müsst jetzt mal Geld verdienen, ihr könnt jetzt hier nicht so lange beispielsweise in der Schule bleiben, dass die natürlich dann deutlich ökonomischer getrimmt werden und dass da das Ausbildungssystem schon dazu dient, marktkonforme Menschen zu erziehen. Und ich glaube, dieses humboldtsche Bildungsideal, das ist eher etwas, was denjenigen zugutekommt, die in der Gesellschaft weiter hinaus kommen. Also die Leute, die, was weiß ich, in die freien Berufe, in die Verwaltung, in die Privatwirtschaft, in die höheren Etagen gehen, die profitieren dann davon, dass man quasi zwölf Jahre lang sich an verschiedensten Fronten ausprobieren und austesten darf und so. Und bei vielen ist es ja so, dass die auch aus ökonomischen Gründen das gar nicht so frei können. Ich muss nur daran denken, dass bei mir, ich war zum Beispiel immer in der Schule wahnsinnig schlecht in Geografie. Und ich habe mich immer gefragt, mir war damals schon klar, okay, ich möchte irgendwie, in welchen Bereich ich möchte. Und dann habe ich mir so, also ich kann, ich habe gelernt, wie man ein Niederschlagsdiagramm malt und habe das seit zehn Jahren, seitdem nicht ein einziges Mal wieder benötigt. Und dann habe ich mich gefragt, das hätte mir theoretisch die Versetzung verhindern können. Also wenn ich das, wenn ich das noch schlechter gemacht hätte, als ich es ohnehin schon gemacht hätte, wäre ich vielleicht sitzen geblieben. Habe ich gefragt, ist es das im Zweifel wert? Nun, das ist natürlich sehr schwierig. Also weil, ich meine, auf der einen Seite, das hatte ich ja eben gesagt, ist es so, dass dieses Bildungssystem ja sehr selektiv wirkt. Also man hat einfach verschiedene Schultypen und es ist relativ klar, wer auf dieser einen Art Schule ist, der hört nach einer bestimmten Klasse auf, der macht kein Abitur und der ist dann halt für die ganzen Berufe oftmals vorgesehen, die eher schlecht bezahlt sind, die viel Stress mit sich bringen und so weiter. Und dann hat man natürlich die Leute, die bis zum Abitur zur Schule gehen und dann eigentlich danach auch meistens studieren gehen und bei denen deutlich mehr Freiheiten auf einmal da sind. Und von daher hat dieses ganze Schulsystem natürlich immer was extrem, extrem selektives. Wenn du mich jetzt aber fragst, also weil das ist jetzt ja, wie Schule heute funktioniert. Wenn man mich fragt, wie Schule funktionieren sollte, dann finde ich auch, einerseits kann man jetzt sagen, niemand sollte am Fortkommen in die nächste Klasse gehindert werden, weil er das eine Thema nicht versteht oder so. Andererseits finde ich es ja schon gut, dass Kinder dazu gezwungen werden, sich mit verschiedensten Themen auseinanderzusetzen, von denen sie noch nicht wissen, dass das sie interessieren könnte. Das ist ja das Problem. Man kommt ja nicht auf die Welt und weiß, was einen interessieren kann. Das ist ein Unterpunkt, ja. Sondern man wird dort mit verschiedensten Sachen konfrontiert und kann auf einmal kann auf einmal Leidenschaften entdecken, von denen man vorher nicht wusste. Und das Problem ist natürlich, dass dann über Noten und über Schultypen und so eine große Selektion für den Markt stattfindet. Das ist das, was ich kritisieren würde. Aber dass man quasi alle Schülerinnen und Schüler erstmal zwingt, sich bestimmte Gebiete ein klein wenig anzueignen und sich anzugucken, um vielleicht auch Interessen zu entdecken, von denen man vorher nicht wusste, das finde ich eigentlich sehr gut. Da finde ich sowas sehr Spannendes. Ich glaube auch, dass der Kernproblem da dieser Markt-Trichter ist. Weil ansonsten wäre das ja wunderbar. Du musst dann halt einfach nur auch ansonsten um diese Themen herum eben den Raum bieten, dass ja eine Persönlichkeit sich entfaltet. Weil darauf basiert das ja. Dann erst kannst du ja diese ganzen Nuggets, die du einsammelst, benutzen, wenn dir das an die Hand gegeben wird. Und wir haben gerade darüber gesprochen. Leute können so mit Ende 20 teilweise nicht so ganz sagen, so wer bin ich und wo stehe ich. Aber das ist ein total spannendes Thema. Ich finde, da merkt man wieder etwas, was ich ja, wovon ich ja sowieso ausgehe, dass das sowieso immer der Fall ist. Ich glaube, das ist wirklich der Kern, also sowohl im Bildungssystem als auch in so ziemlich allen anderen Bereichen. Der Kern der Probleme, die wir haben, gesellschaftlich, lässt sich immer zurückführen auf einen Klassenunterschied. Egal, wohin du schaust. Also Bildungsungerechtigkeit, Migration hat auch, finde ich, sehr viel mit einem Klassenunterschied zu tun. Und warum wird da so in der breiten Öffentlichkeit so wenig drüber gesprochen? Also warum sucht man sich denn immer so diese leichten Opfer, wenn es doch so einfach wäre, sich auch einzugestehen? Das habe ich mich auch bei Reichelt gefragt. Der sagt an einigen Stellen so Dinge, wo du so überlegst, okay, wenn du den Gedanken jetzt noch einen halben Zentimeter weiterführen würdest, würdest du sofort auf der linken Seite landen. Und ich verstehe das nicht, dass diese letzte Hürde, dass man da so eine Angst vor hat, sich das einzugestehen, dass der Klassenkampf der Zentrale ist. Ja, Klassenkampf zentral. Ich meine, es gibt ja trotzdem viele andere Diskriminierungsformen, die sich jetzt nicht nur aus Kapitalismus erklären lassen quasi, sondern die natürlich auch ihre gewisse Eigenlogik haben. Aber was natürlich bei vielen Menschen so ist, und es ist, dass sie erst mal sich abgrenzen wollen zu anderen und das nicht in dem, sondern dass man sagt, ich bin ein Individuum, das seine Individualität beansprucht und ich lasse allen anderen auch ihre Individualität und in dieser Form abgegrenzt voneinander können wir trotzdem prima miteinander. Sondern es ist ja so, dass die meisten Menschen eigentlich permanent versuchen, sich zur Seite und vor allem nach unten immer abzugrenzen. Also dass man versucht, besser zu sein als die anderen. Und das, glaube ich, schon ist natürlich etwas, was in einer Marktgesellschaft, in einer Konkurrenzgesellschaft, wo man nur das Recht darauf hat, auf ökonomischen Wohlstand, wenn man sich auf dem Markt durchsetzt, das ist einfach eine Gehässigkeit, die dadurch produziert wird, die sich schon zu einem sehr guten Teil, zumindest aus der Ökonomie, erklären lässt. Und die meisten Leute kommen halt nicht an den Punkt, dass sie irgendwann sagen, ich habe was Grundsätzliches gegen diese Konkurrenzordnung, sondern es ist eigentlich so, dass sie permanent nur noch damit beschäftigt sind, sich zu anderen in einem negativen Sinne abzugrenzen. Und das halt einerseits ökonomisch, aber auch dann rassistisch fundiert oder sonst was. Und dass man also permanent seinen Mitmenschen mit Skepsis begegnet, weil es ja auch tatsächlich Konkurrenten sind, weil halt in dieser Gesellschaft das gute Leben aller nicht die oberste Priorität ist. Und dann finde ich, dass auch diese ganzen Gehässigkeiten daraus schon ein bisschen hervorgehen und dann die anderen Diskriminierungsformen dadurch natürlich durch diese Marktgesellschaft nochmal sehr verstärkt werden. Und beim Bildungsthema finde ich, also um vielleicht nochmal kurz darauf zurückzukommen, also wie man sich so eine gute Bildung vorstellt, das Problem ist ja, dass man zwar in Deutschland dieses Humboldtsche Bildungsideal hat, also dass man quasi allen eigentlich auch mal eine Gedichtanalyse beibringt oder so, selbst wenn sie die nicht mehr brauchen. Also auch diejenigen, die in Wahrheit dafür gedacht sind, die Knochenjobs zu machen in der Gesellschaft und dafür schlecht bezahlt zu werden, auch die sollen irgendwann mal eine Gedichtanalyse vorher gemacht haben. Also da ist so ein bisschen spießbürgerliches Bildungsideal ist da ja trotzdem dann noch da. Und das Problem ist, dass das einerseits, könnte man jetzt sagen, unehrlich ist in dieser Gesellschaft. Ja, also wenn man halt einfach weiß, es gibt dann diesen Teil der Gesellschaft, der wird später was Schöngeistiges machen oder selbst wenn man nicht beruflich was Schöngeistiges macht, ist es immer noch was, wo man punkten kann. Also auch in höheren Vorstandsetagen oder so ist es durchaus so, dass das einfach total hilfreich sein kann. Ich habe nächste Woche Vorstellungsgespräch bei Rheinmetall, gehe ich rein, ich kann wunderbar Gedichtanalyse schreiben. Naja, das ist jetzt vielleicht, wenn man Fließbandarbeiter dort werden will, ist es natürlich nichts, womit man irgendwie punkten kann. Aber Michael Hartmann, der ja so ein sehr wichtiger Elitensoziologe ist, der meint ja, dass es zumindest lange Zeit über in Deutschland so war, auch wenn sich das jetzt in den letzten Jahrzehnten ein bisschen verändert hat, dass es tatsächlich in diesen oberen Unternehmensetagen dazugehörte, dass man Maler erkannte, also die gemalt haben, nicht Maler als Komponist, sondern dass man bestimmte Maler, Künstler erkannte oder dass man bestimmte Literaten kannte, das gehörte so ein bisschen dazu. Aber für einen Großteil der Leute ist es ja so, die brauchen das ja später gar nicht, die bekommen das nur so vom Staat so als Kleines so mitgegeben. Und in diesen elitaristischen Kreisen habe ich sowieso das Gefühl, ist das dann, wenn dann eher so ein bisschen ein Schick, den man sich gibt, nicht wahr? Also es ist so das Schöngeistige, das, womit man sich schmückt, es ist eher eine Selbstbehauptung als ein ehrliches Interesse. Das ist zumindest ganz oft ein Gefühl, was ich auch habe, also das ist, da kommen wir gleich auch auf das Thema des Buches, des ersten Buches von dir und Wolfgang, dass wir in einem Zeitalter leben, in dem die Selbstinszenierung eine riesengroße Rolle spielt. Also ich habe das Gefühl, wenn ich durch die, wenn ich durch die Stadt laufe, dann begegnen mir Menschen, die sich vermarkten möchten. Und ihr habt ein Buch geschrieben über Influencer, was ja genau dieses Phänomen ist. Der Mensch, der einzelne Mensch als Marke und als, aber auch als praktisch als Werbefläche, als Projektionsfläche, was hat den Ausschlag dafür gegeben, sich damit zu beschäftigen? Weil das ist ja, das ist ja ein modernes Phänomen, aber ich finde, man sieht auch wirklich ganz enorm, wie sich das so im Alltag überschlägt. Auch wenn du eine Dating-App benutzt oder so. Also das ist ja, das ist ja ein Markt mittlerweile. Also so, das intimste Zusammenleben ist eine Marktwirtschaft im Grunde, genau. Also wir haben, genau, wir haben dieses Buch über Influencer geschrieben und es kam dadurch zustande, dass es damals dieses Olympia-Event gab, also es wollte noch mal einhornen, die Start-up, das Kondom-Start-up. Die wollten doch das Olympiastadion mieten und dann dort so ein Demokratiefest feiern, wo eine Petition nach der nächsten verabschiedet wird für die guten Sachen und dann meinten die, werden die damit die Welt retten, weil dann wird das ja auch auf jeden Fall durch den Bundestag gehen. Wir wissen ja, wie gut das mit den Petitionen funktioniert. Ja, ja, also das war natürlich eine reine Selbstdarstellershow und was uns interessiert hat, war, dass das durchaus so ein paar sogenannte Greenfluencer und Politfluencer damals geteilt haben, bevor jetzt wahrscheinlich auch wieder vier, fünf Jahre her, dass dieses Phänomen da war und da haben wir gesehen, Influencer, das ist ja nicht nur Werbung, sondern es gibt da auch politischen Inhalt und dann haben wir uns gefragt, was vereint eigentlich diese beiden Seiten, ja, also was vereint die Influencer als Leute, die sich politisch einmischen, die teilweise auch ein linksliberales, linksgrünes Spektrum ansprechen und dass man gleichzeitig diese ganzen Influencer hat, die eher etwas reaktionär daherkommen, also die sehr etablierte Körperbilder auf eine radikalisierte Weise predigen, die permanente ökonomische Durchsetzungsfähigkeit predigen und da haben wir so versucht zu gucken, was ist eigentlich der kleinste gemeinsame Nenner davon. Ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Am 18.10. bringen Sardas Sumonju und ich unseren Podcast Boy Group zurück. Live auf der Bühne in den Wühlmäusen in Berlin. Zwischen Deep und Dirty Talk, Politik und Polemik, Gesellschaft und Gossip nehmen wir das Publikum mit auf ein paar Vorstritt durch das Weltgeschehen. Boy Group Make Podcast Sexy Again. Live in den Wühlmäusen am 18.10.2024. Infos und Tickets findet ihr in den Shownotes. Ich muss gerade nur während du das so sagst daran denken, also wie du das so erzählst und also sich diesen politischen Anstrich zu geben, da war meine erste Assoziation sofort, wenn du einen Kasten Krombacher trinkst, rettest du dann mit den Regenwald. Also das war so meine erste Assoziation. Aber das ist ja auch ein bisschen die Behauptung der Influencer, also dass sie dann, also zum Beispiel dieser Greenfluencer, dass sie dann beispielsweise sagen, schlimm mit der Klimakrise und schlimm mit der Abholzung des Regenwaldes, guck mal, hier gibt es doch eine Bambuszahnbürste und dass man also auf diese, also das ist jetzt ein bisschen polemisch zugespitzt, aber dass man auf diese Weise große politische Probleme, die die ganze Menschheit betreffen, dass man die sehr stark entpolitisiert und zu einer privaten Konsumentscheidung verklärt. Zum Lifestyle. Und das ist genau zum Lifestyle und das ist dann natürlich das Bindeglied zwischen diesen alten Influencern, die nur konsumistischen Scheiß machen und den Politfluencern, die am Ende des Tages auch keine wirklich radikale politische Transformation wollen, sondern die de facto diese Themen kapern, die das Bewusstsein in der Gesellschaft, dass da irgendwas schiefläuft, kapern, um daraus Profit zu schlagen. Es gibt ja auch dieses bekannte Greenwashing, also da kannst du dann auf eine, keine Ahnung, auf eine Cola-Dose schreiben, ohne künstliche Süßstoffe. Es nützt dir aber nichts. Und das ist, das prägt ja enorm das Bild, was wir haben. Und das ist, gerade wenn du dir so große Konzerne anguckst, Disney macht eine Pride Collection. Ja. Mit Merchandise, wo Mickey Mouse und Regenbogen drauf ist. Und das siehst du und dann weißt du aber, dass Disney über Jahrzehnte hinweg, also Disney hat sowieso als Konzern eine sehr fragwürdige Geschichte, aber wenn wir jetzt einfach mal so über die letzten Jahrzehnte hinweg so gucken, immer bewusst darauf verzichtet hat, zum Beispiel queere Hauptcharaktere in ihren Filmen darzustellen, weil die sich dachten so, ah scheiße, die wollen die schon auch nach Russland verkaufen. Oder in die Türkei oder nach Polen. Und das ist so dieses, das ist so dieses Ding, wo die Haltung zu einem Verkaufsargument wird. Und die Frage ist nur für mich, wie können wir da irgendwie wieder rauskommen? Weil das ist ja wieder diese Selbstinszenierung. Ja, ich meine, die Leute inszenieren sich auf allen Ebenen das Alltag selbst. Also das ist ja auch das, was wir interessant fanden beim Schreiben des Buches, dass man das um sich herum und auch bei sich selbst bemerkt, ist, dass wir alle eigentlich die Welt wie Influencer begreifen und uns darin so zurechtfinden. Also wer essen geht, macht ein Foto davon und postet es in seine Story und sei es nur für die eigenen Freunde. Also gar nicht, weil man selbst in die große Öffentlichkeit damit will, sondern einfach, weil das so selbstverständlich geworden ist, alles von sich zu teilen und permanent sich zu präsentieren als souveräner Gewinner, der ein gutes Leben führt, was man gefälligst allen permanent unter Beweis zu stellen hat. Und das ist natürlich eine ganz furchtbare Sache. Ich würde sagen, ja, dass man ganz individualistisch, in der Hinsicht bin ich ein bisschen wie Ein Rand. Was ich gut finde an Ein Rand ist, dass sie ja, also Ein Rand, die kennen, die manche vielleicht auch nicht, von daher sollte man es vielleicht erklären, ist ja so eine Göttin der Libertären. Also so eine Autorin. Die hat diesen einen Roman geschrieben, der ganz erfolgreich war. Zwei sehr wichtige und zwar The Fountainhead und Atlas Shrugged. Und das sind immer, also ihre Protagonisten sind immer sehr von der Gesellschaft losgelöste Gewinnertypen, die aber sich überhaupt nicht für den Rest der Gesellschaft interessieren. Also die einfach ihre Zufriedenheit nicht daraus ziehen, dass andere sie bewundern. Ja, also Ein Rand sagt quasi, Egoismus ist was Gutes und mit Egoismus meint sie, dass man den Grad der Zufriedenheit durchaus auch in sich selbst findet, das Maß der Zufriedenheit in sich selbst findet und nicht darin, wie man auf andere wirkt. Weil sie sagt quasi ab dem Moment, wenn es einem darum geht, wie man auf andere wirkt, hat man die Tendenz, diese Leute beherrschen und manipulieren zu wollen und das gehört sich nicht, sondern sie will eigentlich eine Gesellschaft radikalisierter, eines radikalisierten Individualismus, wo man sich selbst aussucht, jetzt mit wem man zu tun haben will, wem man liebt etc., wo man sich aber sonst nicht gesellschaftlich verpflichtet sieht und ich finde das größtenteils furchtbar, aber das eine, was ich daran tatsächlich gut finde ist, dass man sagt, man versucht, das Maß der Zufriedenheit in sich selbst zu finden. Das heißt also, was weiß ich, wenn ich kochen lerne beispielsweise, dann mache ich das nicht, um mich auf Instagram allen anderen zu präsentieren und zu zeigen, dass ich der Größte bin, sondern weil ich ein eigenes intrinsisches Interesse an der Sache habe und daran gut werden möchte, vielleicht um anderen dann auch mal einen Gefallen zu tun, ihnen was Schönes zu kochen, aber nicht um mich zu beweisen, um mich ihnen aufzudrängen als überlegen. Und das finde ich, das ist eigentlich das Einzige, was ich wirklich gut finde bei Ein Rant und ich glaube, man braucht, man muss bei jungen Leuten bereits anfangen, dass man ihnen beibringt, Interessen zu finden, die wirklich intrinsisch sind, dass sie an der Welt interessiert sind und etwas für sich entdecken, nicht um alleinander zu zeigen, dass sie die größten, schlauesten, tollsten sind, sondern einfach, weil sie es spannend finden. Und dazu, um nochmal zum Bildungssystem zurückzukommen, dient dieses Bildungssystem dummerweise halt auch nicht. Du hast es selbst gesagt, dieses sogenannte Schöngeistige ist für die einen vollkommen irrelevant. Die wissen genau, nach der 8. oder 10. Klasse gehe ich von der Schule ab, bin vorgesehen, dafür Scheißjobs nachzugehen, also im Sinne von harte Arbeit und schlecht bezahlt. Damit soll kein moralisches Urteil gefasst sein, aber David Graeber benutzt so diesen Begriff, um zu sagen, harte Arbeit, wichtige Arbeit, aber schlecht bezahlt und da braucht man keine Gedichtanalysen mehr und diejenigen, die später nochmal so mit Kunst was zu tun haben, die machen das meistens, um sich darzustellen. Das ist dann so quasi das, was man diesem schnöden Privatmaterialismus entgegensetzt, dass man auch mal ein Gedicht rezitieren kann oder so. Also da dient es auch nur der Selbstdarstellung. Und ich hätte eigentlich gerne, dass man junge Menschen erzieht, die tatsächlich an der Sache Interesse haben und deshalb finde ich, auch wenn es in dieser Gesellschaft nicht richtig umgesetzt wird, natürlich dieses Humboldtsche Bildungsideal doch ganz gut, dass man verschiedenste Sachen gezeigt bekommt, für die man sich interessieren kann, weil man dann überhaupt erst so richtig in der Lage ist, die eigenen Interessen zu entwickeln. Nur darin sind Lehrer schlecht. Das ist einfach das größte Problem. Ich weiß genau, ich hatte in der neunten Klasse hatte ich einen Lehrer, einen Deutschlehrer, einen herausragenden Deutschlehrer, dem ich sehr viel zu verdanken habe und der hat zum ersten Mal einfach mal gefragt, wozu machen wir hier das eigentlich? Also man kennt es so aus der Schule, man lernt Charakterisierungen, Inhaltszusammenfassungen, Gedichtanalysen, all dieses Zeug zu schreiben im Deutschunterricht und die Frage, wozu eigentlich, wozu nützt mir das in der Auseinandersetzung mit Literatur, welchen Zweck hat das eigentlich, welche Erkenntnis schafft das überhaupt? Ist eine Frage, die nie aufgeworfen wird. Das heißt, Schüler bekommen das als einen Selbstzweck vorgesetzt, man hat gefälligst Gedichte zu analysieren und ehrlich gesagt ist die Frage von 14-Jährigen, warum soll ich ein Liebesgedicht von vor 200 Jahren lesen mehr als berechtigt? Dafür mag es gute Gründe geben, ich finde es gibt viele gute Gründe, sich das durchzulesen, aber die werden einem nicht beigebracht, man bekommt das so selbstzweckhaft vorgesetzt, anstatt dass man die Frage einmal, und zwar die müsste man sehr früh schon stellen, warum man sich das aneignen sollte, warum das für einen auch interessant sein kann und dann können sich tatsächlich echte intrinsische Interessen entwickeln und Lehrer sind sehr oft sehr schlecht darin, leider bei Schülern diese Frage, warum machen wir das eigentlich aufzuwerfen und befriedigend zu beantworten und dann kommen halt desinteressierte junge Leute bei raus und das ist ganz furchtbar, also ich habe das selbst bei mir gemerkt, wie viele Sachen ich heutzutage interessant finde, die mich in der Schule 0,0 interessiert haben, ich war historisch komplett desinteressiert beispielsweise, mittlerweile finde ich wenig so interessant wie Wirtschaftsgeschichte und das gilt für so viele Sachen, dass ich mir einfach denke, hätte man die mal mir in der Schule schon als interessant vermittelt und mir erklärt, warum mir das hilft, mir irgendwie die Welt zu erklären und warum ich mir die Welt vielleicht auch erklären sollte, als irgendwie mündiger Mensch, das hat alles nicht stattgefunden. Ich will ja auch bei einer Sache ansetzen, die du vor ein paar Minuten gesagt hast und zwar, Entschuldigung, ich hatte vor ein paar Wochen eine Bronchitis und dieser Musten wirkt ja lange nach, ich wollte ansetzen bei diesem Bedürfnis sich selbst zu definieren über das, was man über sich selbst gespiegelt bekommt. Also das ist ja zum Beispiel auch was, wo es natürlich schön ist, das zu überwinden, aber wo wir ja in einer Welt leben, wo wir sofort in die Gefahr laufen, dass auch das wieder kapitalisiert wird. Also zum Beispiel die Schönheitsideale, die wir haben, es gibt das Bedürfnis, aus denen auszubrechen, aber sobald es den Versuch gibt, diesen Ausbruch zu wagen, wird einfach nur das Ideal angepasst. Das bedeutet, dann wird einfach dieses verschobene Ideal genauso angepasst, einfach nur, um es zu verkaufen. Also wenn, wenn er jetzt zum Beispiel Hengameya Gubifara modelt für einen Konzern, für einen Modekonzern, dann kann man natürlich sagen, so ey, das ist schön, dass ihr keine 90-60-90-Frau dahin stellt, aber es bleibt ja ein Verkaufsargument und es ist ja dann genauso wenig ehrlich und das ist eben so was, wo man halt eben die Frage stellen kann, verträgt sich unser System überhaupt mit, also sind wir überhaupt in einer Welt, in der wir wirklich darauf ausgelegt sind und dazu gebracht werden oder überhaupt jemals die Möglichkeit haben, uns so freizumachen von diesen Verkaufsargumenten, mit denen wir ständig im Kopf herumlaufen, also auch eine Jobbewerbung ist ja nichts anderes als eine Auflistung, wie als würde man sich selber bei Ebay inserieren. Können wir uns überhaupt so frei davon machen, dass wir die Möglichkeit haben, diese individuelle Entfaltung zu begehen? Ja, das ist schwierig, also klar ist irgendwie, also man kann immer sagen, alles kann kommunifiziert werden, alles kann zur Ware werden, alles kann eingespeist werden in den Kapitalismus und dennoch ist es ja eine Befreiungserfahrung jetzt für junge Leute, insbesondere für junge Frauen, dass sie zum Beispiel nicht mehr den rigiden Schönheitsnormen der 90er, Nuller Jahre unbedingt entsprechen müssen. Und von daher denke ich mir, den Kapitalismus werden wir, leider Gottes, sobald nicht los, das kann man jetzt doof finden wie ich, aber es ist so, da will kaum jemand gesellschaftlich dran rütteln, kaum jemand was dran machen und von daher bin ich ja schon, ehrlich gesagt, trotzdem sehr froh über jede solche emanzipatorische Veränderung. Klar kann man immer kritisch sehen, dass so Unternehmen, die früher was ganz anderes gepredigt haben, ganz andere Schönheitsnormen sehr aggressiv propagiert haben, dass sie sich dann zum Beispiel auf Trends aus dem Netz, so Body Positivity oder Body Neutrality, dass sie sich da dann quasi draufsetzen und daraus ihren Profit ziehen. Aber das ändert ja nichts daran, dass die Entwicklung selbst erstmal, dass man die willkommen heißen sollte. Was ist nötig, damit ein Trend eine Veränderung wird? Ja, ich meine, in dieser Gesellschaft ist es vielleicht auch tatsächlich so, dass ein positiver Trend marktkonform sein muss. Also ich meine, dass man beispielsweise, also es gibt ja viele Linke und Marxisten, also insbesondere Marxisten, die halt sagen, die Emanzipation der Frau kann es unterm Kapitalismus nicht geben und das halte ich für totalen Quatsch. Ich würde tatsächlich sagen, man sieht gerade eher das Gegenteil. Man sieht on the long run, so klar, jetzt das ist keine Sache von zwei Jahren, so, aber man sieht schon eine ganz klare Entwicklung davon, dass Männer und Frauen eine tatsächliche Gleichstellung in diesem System erfahren, weil es beispielsweise auch fürs Kapital einfach lohnend ist, alte etablierte Erziehungs- und Familienformen nicht mehr als Selbstzweck anzusehen, wo die Mutter nur zu Hause sind und die Kinder betreut, sondern dass man zum Beispiel sagt, hey, eigentlich ist doch viel sinnvoller, es gibt staatliche Betreuungsinstitutionen und dann gehen die Frauen auch arbeiten und das führt dann zu einer Emanzipation, die zwar immer noch eine unterm Kapitalismus ist, ja, also die Frauen müssen dann so wie ihre Männer das bereits länger mussten, müssen dann Vollzeit-Erwerbsarbeiten. Aber immerhin ist es eine tatsächliche Gleichstellung der Geschlechter. Also es gibt schon, wenn auch nur als nutzbare Kapazität. Genau. Ja, aber es ist ja dann schon für die Frauen eine tatsächliche Emanzipation. Also sie werden befreit von der einen Arbeit, nämlich von der Hausarbeit, die, es darf man auch nicht vergessen zu sagen, oftmals ja für viele nicht sonderlich befriedigend ist und war. Also die Marxistinnen der 70er Jahre, die darauf hingewiesen haben, auf dieses Problem, dass an den Frauen die ganze Hausarbeit hängen bleibt, die haben sich ja auch zu Recht darüber beschwert, dass sie einer Tätigkeit nachgehen, die sehr ungesellschaftlich ist. Also während die Männer im Betrieb sind und mit Kollegen sprechen, sind die Frauen zu Hause und haben nur die Kinder, die ja ehrlich gesagt so süß auch sein mögen, irgendwann anstrengend sind oder vielleicht auch gar keine Kinder, sondern müssen alleine putzen. Das ist was ganz atomisierend, was einen auch in die Verzweiflung treiben kann und man hat auch kein eigenes Geld, über das man verfügen kann. Man ist komplett von der Gnade des Ehemannes abhängig und dass man beispielsweise ein eigenes Einkommen hat, dass man in einem Betrieb ist, in dem man mit Kolleginnen und Kollegen kommuniziert und gemeinsame soziale Erfahrungen hat, all diese Dinge sind schon eine ernstzunehmende Emanzipation für diese Frauen. Klar, unter der Herrschaft des Kapitals immer noch, aber man kann das nicht wegleugnen, dass das in der Position Frau gegen Mann beispielsweise eine ernstzunehmende Emanzipation ist. Das ist keine Emanzipation von den Verwertungsbedürfnissen des Kapitals. Die stehen immer noch gesellschaftlich über allem, aber es ist eine Emanzipation der einzelnen Frauen von ihren Partnern. Absolut, das wollte ich auch gar nicht in Abrede stellen. Sprechen wir mal über Selbstbilder. Wir haben das Thema ja schon so ein bisschen umkreist. Was würdest du sagen ist dein Selbstbild? Als was siehst du dich? Siehst du dich als die Summe deiner Ideen? Was bist du? Das finde ich, das ist schwierig zu beantworten, eine Frage. Ein Mensch, der sich möglichst viel von dem, was um ihn herum passiert, versucht zu erschließen und das bündig zusammenzufassen für andere. Also das ist ja quasi das Privileg des Wirtschaftspodcasts, dass ich jetzt davon lebe, dass ich diesen Podcast mache und dass ich dann quasi gewissermaßen von der normalen Lohnarbeit enthoben bin und wirklich die Möglichkeit habe, mir permanent Zeugs anzueignen, was mich interessiert, Wissen anzueignen und dass ich dann sage, ich möchte, dass anderen, so wie ich das mir erkläre, so wie ich das für richtig halte, das anderen aufzubereiten und zu präsentieren. Also das ist erstmal meine Rolle, die ich jetzt in der Öffentlichkeit sehe. Also dass ich versuche, Fragen, die ich mir selbst zu stelle, für andere interessant zu machen, dass ich denen erkläre, warum ich finde, dass sie sich diese Fragen auch stellen sollten, wie funktioniert diese Wirtschaft beispielsweise, was sind deren Eigenheiten und dann versucht man, das aufzubereiten. Also das ist jetzt erstmal, wie ich mich selbst sehe, als so ein Vermittler. Ich bin keiner, der Wissen generiert eigentlich. Also ich bin kein Wissenschaftler. Ich lese viel, was Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler schreiben. Ich lese viele Publikationen, viele Sachbücher, all das rezipiere ich, aber ich bin keiner, der Wissen generiert, sondern ich bin eigentlich einer, der es auf eine populäre Weise aufbereitet für Leute, denen es an der Zeit mangelte, selbst zu tun. Medium im Wort, Medium ist ja praktisch der Mittelsmann. Das ist ja sowieso die Aufgabe, die wir Medienschaffenden haben. Also wir sind dafür zuständig, den Leuten zu den Informationen zu verhelfen, die für sie nützlich sein könnten und es ihnen so zu unterbreiten, dass die Hürde geringer wird, das zu nehmen. Und gerade in so einem akademischen Kontext ist das ja durchaus eine Leistung. Also ich weiß nicht, wie du das so wahrnimmst, wenn du so Sachtexte liest, aber ganz oft habe ich so das Gefühl, hier wird durchaus auch bewusst, weil das wäre vielleicht ohne große Komplexität auch anders möglich, hier wird für die eigenen Leute geschrieben. Das hatte ich in meinem Philosophiestudium ganz massiv, dass ich mir immer wieder dachte, so, okay gut, hier schreiben Philosophen für Philosophen. Das ist natürlich mit das größte Problem der akademischen Welt, dass man insbesondere eine Verselbstständigung der Methodologie hat. Also dass die Methodologie eigentlich zum Selbstzweck wird. Ich möchte nicht sagen, wer das war, aber wir haben ja eine Zeit lang Interviews auch bei Wohlstein für alle geführt, auch mit Wissenschaftlern. Und wir hatten mal einen Forscher da, der ein Buch geschrieben hatte zu einem sehr interessanten ökonomischen Thema. Und Wolfgang hatte den interviewt und hat ihn gefragt, ja, sie haben hier dies und das erforscht und was haben sie denn rausgefunden? Und dann fängt er an und sagt, ja, also wir haben das ja nicht alleine erforscht, sondern wir waren ja nicht nur Soziologen, wir waren ja auch Ökonomen und wir waren auch, wir waren auch, was weiß ich, Politikwissenschaftler waren noch dabei und wir sind in die Archive gegangen und das ist auch das tolle im alten Ostblock, dass da diese ganzen Archive sind und man kann die durchlesen und also der hat die ganze Zeit erzählt, wer hat geforscht, wie hat die Archivarbeit stattgefunden und hat keine Sekunde, also 20 Minuten lang habe ich es mir angehört und habe gesagt, wir löschen das ganze Interview, es wird nicht gesendet, Pech, lieber wir senden nichts als wir senden das. Der hat wirklich innerhalb von 20 Minuten keine einzige inhaltliche Sekunde verloren, weil diesen Wissenschaftlern die Frage der Methodologie so wichtig ist, dass sie den Inhalt darüber immer häufiger vergessen, also auch wenn man zu wissenschaftlichen Tagungen geht, merkt man das sehr, sehr stark, dass da permanent über Methodologie, Begrifflichkeit etc. sehr detailliert gesprochen und gestritten wird und dass das 80% der Vorträge und Wortbeiträge und Fragen danach ausmacht. Was, also natürlich muss Wissenschaft redlich sein, muss die Methodologie stimmen und all das, das will ich nicht in Abrede stellen, mir ist klar, dass das wichtig ist, aber das ist nicht der Zweck, sondern das ist ein Mittel zum Zweck und es ist ein Riesenproblem, dass quasi Akademia sehr stark davon lebt, dass man sich die ganze Zeit gegenseitig vorbetet, wie redlich man ist in seiner Methodologie und dass die tatsächliche Erkenntnis, dass die generiert wird, dann doch oftmals sehr gering ist, dass man ganze Bücher hat, ganze Dissertationen, wo man eigentlich den Eindruck hat, es gibt hier eine einzige These und um die zu verstehen, muss ich mir zu 80% euren Methodenscheiß durchlesen. Das ist ein Riesenproblem. Also praktisch this could have been an E-Mail. Tatsächlich, also dieses this could have been an E-Mail ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr polemisch, aber zumindest this could have been a paper, finde ich, ist schon immer richtig. Also die meisten wissenschaftlichen Bücher könnten Paper sein, wenn man einfach mal sagt, wir schreiben euch unsere Erkenntnisse auf und wer Lust hat, kann in den Appendix nochmal gucken zur Methodologie, aber das muss jetzt nicht im Paper selbst ein Megathema sein. Ja, das hängt ja glaube ich auch damit zusammen, dass das viel so Fischen im eigenen Becken ist. Und das ist vielleicht auch eine Frage, die wir nochmal eruieren können. In welchen Kreisen bewegst du dich? Also ich weiß, dass zum Beispiel Simon, das ist ja praktisch unser gemeinsamer Freund, der hat ja einen wahnsinnig diversifizierten Freundeskreis und ich glaube, dass das durchaus wichtig ist für so einen Menschen, eben diese ganzen unterschiedlichen Eindrücke zu bekommen. Und ich glaube auch, dass das uns so ein bisschen verloren geht, weil ja gerade durch die Art und Weise, wie auch Social Media beschaffen ist, wir ja wenig in den Austausch untereinander gehen, sondern uns in diese, sondern uns so Gruppen oder Ideen unterordnen. Wie hältst du das bei dir im Privatleben, im Umfeld? Nun, ich meine, man hat ja eh erstmal so einen gewissen Freundeskreis, den man sich aufbaut, während Studium und Schule und das ist ja dann ehrlich gesagt schon auch weiter dann im Erwachsenenleben ein sehr großer Teil des Freundeskreises. Dann ist es so, dass ich ja in dem Sinne keine Kollegen habe. Also die meisten Menschen knüpfen dann ja beispielsweise auf der Arbeit Kontakte und Freundschaften. Das ist bei mir in dem Sinne halt nicht möglich, weil meine Arbeit besteht halt eigentlich daraus, dass ich mit Wolfgang podcaste oder im Studierzimmer sitze und lese und schreibe. Studierzimmer ist auch so. So sage ich das jetzt ohne. Nein, das ist jetzt so. Ich habe ein, ich gehe in mein Studierzimmer. Okay, Faust. Nee, eigentlich ist es viel trivialer eigentlich. Also es ist wirklich kein Spaß und ich weiß, es ist auch nicht gut für meinen Rücken. Ja, also jeder Physiotherapeut wird ja zusammenzucken, wenn ich das sage. Ich sitze eigentlich einen halben Tag im Bett oder auf dem Sofa. Also so sieht mein Rezipieren, Exzerpieren und Schreiben dann in Wahrheit aus. Von daher diese, ja irgendwie die Möglichkeit da so ganz ungezwungen normal Kontakte zu knüpfen, die muss ich gestehen, die ist ein wenig reduziert. Und du du führst das dann praktisch so herbei. Du gehst dann auf auf Partys und socialized oder wie? Ähm, was führe ich herbei meinst du? Äh, den Austausch miteinander oder brauchst du den? Doch, doch. Ähm, das ist eigentlich so, dass es dann über die Kontexte, in denen man dann ist, zustande kommt. Also wenn man Auftritte hat beispielsweise, spricht man mit der Hörerschaft oder, ähm, ich habe tatsächlich schon relativ viele Freundschaften geknüpft über Social Media. Ja, also auch zum Beispiel jetzt, dass ich jemanden wie Simon David Dressler kennen werde. Er hat wiederum damit zu tun, dass ich Jean-Philipp Kindler über Social Media kennengelernt habe und so weiter. Das heißt, da bilden sich dann auf diese Weise Netzwerke heraus, die sind nicht geplant oder so, sondern die entstehen dann einfach so recht natürlich, ähm, quasi in so einer Art Arbeitskontext, aber dann auch Freundschaftskontext. So einen Interview-Podcast zu haben, ist eine super Basis, um auf sein Netzwerk zu erweitern. Also ich habe ja zum Beispiel Simon auch nur kennengelernt, weil ich eben irgendwann, der mir mal irgendwann in meine Timeline einfach gekommen ist und da hatte ich mir so, das ist ein interessanter Typ, habe mir zwei oder drei Videos von ihm angeguckt, habe mir gedacht, den lade ich ein. Ich bin, also ich, früher war das stärker bei mir so, dass ich halt, ähm, auch wenn ich Leute kennenlernen wollte, die einfach angeschrieben habe. Weil mein Freund Timon Kalkaleiter sagt immer, niemand ist so wichtig, dass man den nicht treffen kann. Und das stimmt schon. Also wenn man jetzt nicht gerade den Papst treffen will, dann ist es schon so, dass man die allermeisten Leute doch mal, ähm, zu einem Drink am Abend oder so, äh, oder zu einem Essen überredet bekommt. Und von daher ist es dann so, dass ich doch einige Leute, die mich interessiert haben, einfach angeschrieben habe. Ich meine, dass ich Wolfgang kennengelernt habe zum Beispiel, lag ja daran, dass ich seinen Film an der Luisekanal mochte und dann einfach ihn gefragt habe, hey, wollen wir mal was machen? Weil er halt in Berlin war zu dem Zeitpunkt. Ähm, und so ist es bei einigen Menschen, die ich jetzt kenne und schätze, gewesen, aber zuletzt nicht mehr so stark. Also irgendwann hat man dann doch so seinen Freundeskreis und ist damit dann auch sehr zufrieden. Aber ich finde das total interessant, weil du ja gesagt hast, so jetzt machst du diesen Podcast mit Wolfgang ja praktisch beruflich. Mhm. Und dass sowas dann einfach entsteht aus so einem kleinen Moment, finde ich, ist eine sehr erdende Erfahrung. Also das war ja bei mir ähnlich. Also alles, was ich heute mache, ist auch einer Zufallsbegegnung im Grunde genommen geschuldet. Und dementsprechend merke ich halt so bei mir, okay gut, bei mir kann diese Idee, so ja, du musst einfach nur viel arbeiten, dann schaffst du das schon. Bei mir stößt das allein deswegen auf taube Ohren, weil ich dadurch dieses Bewusstsein dafür habe, es gehört schon eine Menge Glück dazu. Ja, also bei mir gehört eine Menge Glück dazu, dass ich da bin, wo ich heute bin und wo ich da sehr glücklich bin. Das fängt in der Schule an. Ich meine, ich habe es gesagt, dann hat man diese Lehrer und die stellen so eine trivial klingende Frage, wie, warum machen wir den Scheiß hier eigentlich? Und das hat eine lebensverändernde Erfahrung, weil man wirklich sehr, also zum ersten Mal sehr grundlegend das hinterfragt, was man eigentlich da in der Schule so macht und wozu das dient und warum einen das, was man da lernt, zu interessieren hat. Und das geht dann über so eine Begegnung mit Wolfgang, die natürlich auch hätte nicht stattfinden können. Er hätte sein können, dass ich ihm schreibe und er sagt, nee, sorry, ich kann jetzt einfach nicht, habe zu viel zu tun. Das war damals, da war der in der Woche in Berlin zu Berlinale, weil er noch für die Rheinzeitung damals gearbeitet hat und dort berichtet hat. Und das ist dann mein persönliches Glück, dass das alles so doch im Leben ineinander gegriffen hat. Bei Wolfgang muss ich immer daran denken, dass einer meiner Lieblingsausschnitte aus einer seiner Filmkritiken war, es war eine von Bibi und Tina irgendwie. Und dann sagt er so die ganze Zeit so, ja, in dem Film geht es die ganze Zeit um Besitzverhältnisse. Zum Beispiel, das ist mein Pferd. Ja. Und ich fand das so, ich dachte mir so, ey, so einen Menschen kannst du dir nicht backen. Das ist so ein, das ist so eine geile Persönlichkeit einfach, wie der so auch in seinem kompletten, der ist ja von Anfang an, von Tag eins war der ja praktisch eine fertige Rolle. Also das ist total interessant. Würdest du sagen, also als du dann praktisch in diese Öffentlichkeit geraten bist, gab es da auch so, dass du dir gedacht hast, okay gut, ich muss mich ausformen, um in der Öffentlichkeit stattfinden zu können. Ich muss was, ich muss wissen, wer ich bin, wenn ich auftrete? Ich habe da ehrlich gesagt gar nicht so viel drüber nachgedacht. Es war halt klar, man will nicht ein zweiter Wolfgang sein, also man will jetzt nicht da auch im Anzug und mit demselben Scheitel auf der Bühne sitzen. Und von daher war, also das war wirklich das Einzige, worüber man nachgedacht hat, dass man sagt, man will jetzt nicht genau gleich aussehen. Ansonsten war es ehrlich gesagt so, dass dieses in die Öffentlichkeit treten ja sehr stark, du hast es gesagt, über die Inhalte kam. Also gar nicht so sehr aus einem Interesse der Selbstdarstellung, sondern wirklich erst mal, dass man sich gefragt hat, was möchte ich anderen vermitteln? Also was für Themen sind wichtig? Wie kann man die aufbereiten? Und so. Und ich glaube, dann entsteht so eine eigene Individualität, eine öffentliche Individualität sehr schnell. Ich glaube, die Leute nehmen mich wahrscheinlich als relativ ernst wahr. Ja, das kann gut sein. Wir haben ja vorher schon einen Kaffee getrunken zusammen. Da hatte ich schon so das Gefühl so, ja okay, das ist schon ein guter Team. Aber die Frage, die ich mir jetzt stelle, so wenn du sagst, okay gut, du möchtest den Leuten was vermitteln, wie regelmäßig überprüfst du dich selber? Also das muss man ja, wenn man, also da gehört ja eine Sicherheit dazu, wenn man sagt, ich möchte anderen etwas vermitteln, dann muss man sich ja selbst immer wieder eigentlich zur Disposition stellen und fragen so, ist das, was ich vermittle, wirklich auch das Richtige? Tust du das? Und wie oft? Und auf welche Art und Weise? Also ich kann nur sagen, ich versuche es nach bestem Wissen und Gewissen. Also meine Idee ist schon, dass ich, also wenn man jetzt gerade so, ich sag mal, Leute hat, denen man ideologisch nicht wohlgesonnen ist, und deren Texte man rezipiert und zum Beispiel aufbereitet, also wenn wir jetzt irgendwelche neoliberalen Ökonomen beispielsweise bei Wohlstand für alle vorstellen, dann ist es schon so, dass ich immer versuche, dem quasi in gut faith zu begegnen, ja, also dass man quasi wirklich sagt, ich versuche mit diesem Standpunkt so rational wie es geht vorzustellen, also dass ich das wirklich ernst nehme und mir vorstelle, wie kann man diese Haltung, die dieser Autor vertritt, auf die intellektuell redlichste Weise vertreten. Also das ist schon so, dass ich versuche, mich an so einem Ideal quasi dann da abzuarbeiten. Also deshalb zum Beispiel, ich meine, Hayek ist jetzt ein gutes Beispiel für einen neoliberalen Ökonom, den wir auch im Podcast da so mehrfach hatten. Und wenn man sich dann sowas wie Weg zur Knechtschaft durchliest oder halt seine berühmte Nobelpreisrede, dann ist es schon so, dass ich halt davor stehe und dann auch ehrlich zugeben muss, ja, also das, was er zum Beispiel festmacht, als Probleme sozialistischer, ökonomischer Planung sind tatsächlich Probleme. Also die Frage, wie kann so viel Wissen generiert und beschafft werden, dass man die Befriedigung der Gesellschaft oder die Versorgung der Gesellschaft mit Konsumgütern sicherstellt, all das, wie kann man all dieses Wissen generieren auf eine effiziente Art und Weise? Kann man das effizienter als ein Markt tun? Um nur ein Beispiel zu nennen, das sind dann Problemstellungen, die ich ernst nehme und wo ich nicht von vornherein mich irgendwie entscheide, das Scheiße zu finden, sondern wo ich halt sage, ich will diesen Text so ernst wie möglich nehmen, um dem so ernst wie möglich entgegenden zu können. Also ich kann ja nur eine gute kritische Antwort darauf verfassen, auf das, was der Mann sagt, wenn ich auch seinen Standpunkt so gut und redlich wie möglich darstelle. Ansonsten ist es nur Agitation. Und damit überzeugt man niemanden, der intellektuell redlich drauf ist. Du hast jetzt die Formulierung benutzt, intellektuell redlich. Ist intellektuell etwas, was in deiner Selbstvernehmung, also nimmst du dich als intellektuell wahr? Naja, ich meine, wenn man irgendwie, also es ist immer die Frage, was man damit meint, aber wenn man halt damit einfach nur meint, dass man halt eigentlich jemand ist, der nur über die Welt nachdenkt, also dessen größter Teil des Tages besteht, über Sachen nachzudenken, also gar nicht so mega praktisch, selbst was zu machen, nicht mit den Händen zu arbeiten oder sonst was, sondern dass man halt eigentlich nur liest, exapiert, schreibt, podcastet und so, klar, das ist irgendwie eine intellektuelle Tätigkeit, was das nicht irgendwie glorifizieren soll. Ich meine, um zwar mit dem alten Marx, also um den nochmal ein bisschen anzuführen, ich meine, dem ging es ja schon auch ein bisschen um die Trennung von Kopf- und Handarbeit, also dass man quasi nicht eine Gesellschaft hat, in der die einen denken und führen und die anderen einfach nur ausführen, das war ja etwas, was er überwinden wollte und was ich auch überwinden will, aber in der Welt leben wir ja nicht, sondern es ist schon so, dass diese Welt halt so ist, dass es die paar Glücklichen gibt, die von so geistigen Tätigkeiten leben können wie ich und dazu gehöre ich jetzt zu diesem Stand, ob es mir behakt oder nicht. Und die allerglücklichsten sind ja die, die nicht mal geistige Tätigkeiten brauchen, um davon leben zu können. Das finde ich ja wirklich so das Wahnwitzigste, dass du heute Leute hast, die ein Heidenvermögen angesammelt haben, weil sie ihr Geld anlegen, weil sie anderen Leuten Geld dafür geben und denen sagen, vermehr mir das mal. Also das ist so ein wahnwitziges Konzept und dass das so gut funktioniert, da denke ich mir also so, da ist ja eigentlich, das entlarvt ja eigentlich jegliche angebliche Marktlogik von du musst dich hocharbeiten, dann klappt's. Und wenn die Firmen mehr Geld verdienen, dann zahlen sie auch den Mitarbeitern mehr aus. Wenn wir jetzt so uns anschauen, wir haben einen Finanzminister, der in der FDP ist. Da ist also jetzt erstmal, sieht's jetzt nicht so gut aus bezüglich, wir gehen das mal so ein bisschen an, dass da vielleicht gewisse Sachen auch mal anders versteuert werden. Aber nun ist es auch so, dass man ganz oft das Argument hört, wenn man Leute, die einen immensen Reichtum besitzen, anders versteuert, dann gehen die. Und das ist für viele so ein Schreckensszenario. Nein, wir brauchen den Wohlstand in diesem Land. Brauchen wir den? Naja, es ist halt die Frage, braucht man dazu diese Leute? Also das ist ja das Ding. Es ist natürlich völlig klar, also wenn man Unternehmern das Leben schwerer macht, wenn man sagt, ihr sollt nicht mehr so viel haben, kann es sein, dass sie abwandern und woanders ihr Glück suchen. Das kann schon sein. Die Frage oder die Behauptung lautet dann ja, ohne Unternehmer könnte es keinen Wohlstand geben. Also es könnte keine bewusste gesellschaftliche Planung ökonomischer Produktionsprozesse geben. Und das halte ich in der Form einfach für falsch. Also man müsste ja was anderes an dessen Stelle setzen. Also ja, kann sein, dass es kapitalenscheues Reh ist, gerade in Zeiten wie den heutigen, wo es halt einfach kaum noch Kapitalverkehrskontrollen gibt, wo die Reichen sich niederlassen können, wo sie wollen. Also das stimmt ja schon irgendwo, dass sie die Macht haben, auch ihre Produktion dann abzuziehen, woanders aufzubauen etc. Und dann ist halt die Frage, kann man diese Sachen nicht auch einfach planen? Kann das nicht sogar mehr Wohlstand schaffen? Der Hohn ist ja noch das auf der anderen Seite, sorry, dass ich dich da unterbreche, auf der anderen Seite ist ja auch so ist, dass stattdessen ein populäres Thema ist, der Bürgergeldbetrug. Also das bedeutet, Leute, die wenig haben, befinden sich viel mehr unter Generalverdacht, als die Leute, die die ganzen Steuervermeidungsstrategien ganz genau kennen und davon auch profitieren, weil es da um relevante Summen geht. Das ist so ein Wahnsinn. Genau, du hast hier ja zwei Gruppen, die beide, naja gut, ich meine, also viele Leute, die Bürgergeldempfangen arbeiten, ja in Wahrheit auch, das wird ja immer so getan, als seien das Arbeitslose. Aber sagen wir mal, nehmen wir uns mal die Bürgergeldempfänger, die wirklich nicht arbeiten. Die werden zur Sau gemacht, also das ist eine große Frechheit, also dass die nicht arbeiten, ist schlimm, aber Milliardäre, die, wie man so hässlich sagt, ihr Geld für sich arbeiten lassen. Was macht Elon Musk beruflich? Na gut, bei dem muss man wenigstens sagen, der macht ja noch administrativ was, aber es gibt ja auch einfach viele Rentiers, die machen ja nicht mal mehr das, sondern die leben ja wirklich einfach von einem Vermögen, das einfach so viel Ertrag abwirft, permanent, dass sie gar keine Sekunde mehr im Leben arbeiten müssen. Ich meine, ein knappes Prozent der Deutschen besteht erstmal aus Leuten, die vielleicht nicht Rentiers sind, aber Rentiers sein könnten, also die genug Vermögen haben, dass sie davon an sich leben könnten. Und das ist zum Beispiel eine Bevölkerungsgruppe, bei der niemand sagt, oh, das ist aber eine Frechheit, dass die nicht arbeiten gehen. Das sagt keiner, das sagt man nur bei den Armen. Und das ist natürlich jetzt zum Beispiel so, also das ist so ein schönes Beispiel auch für Ineffizienz der Marktwirtschaft, dass man also ganze Gruppen hat, die beispielsweise nicht arbeiten und offenkundig könnte man gesellschaftlich mehr produzieren, wenn man diese Leute einspannen würde, wenn auch die arbeiten müssten. Es könnte also mehr Wohlstand insgesamt da sein zum Verteilen. Das wird aber nicht gemacht, weil man sagt, wer Geld hat, darf alles. Wer Geld hat, darf auch nichts tun. Nur bei denen, die nichts haben, bei denen ist es ein Problem, wenn die nicht arbeiten wollen. Und da wird es dann problematisiert. Und ich meine, wir haben eben über Wohlstand gesprochen und wir können uns das ja mal ganz praktisch vorstellen. Also gesellschaftliche Planung zum Beispiel, stellen wir uns mal vor, man geht an die großen Vermögen ran und dann hauen die deutschen Autobauer ab, also die Unternehmer hauen da ab und sagen, uns wird das jetzt hier zu blöd. Muss das per se zu einer Senkung des gesellschaftlichen Wohlstandes führen? Ich weiß ja nicht. Also ich meine, wenn man einfach sagt, ihr könnt ja gehen, aber das Zeug bleibt hier, das wird jetzt konfisziert. Ganz autoritär ist wirklich mal gedacht. Aber wenn man jetzt einfach sagen würde, diese Fabriken, die sind jetzt hier und die bleiben auch hier, Freundchen. Und dann wird beispielsweise, werden vielleicht hier nicht mehr Millionen Pkw gebaut, sondern man baut halt deutlich weniger Busse oder man baut Straßenbahnen. Dann könnte man zum Beispiel das Bedürfnis nach Verkehr in den Städten deutlich besser befriedigen, weil das eine sinnvollere Weise des öffentlichen Verkehrs ist, wenn viele Leute im ÖPNV sitzen, als alle Leute in irgendwelchen Autos. Das heißt also, man kann das Bedürfnis nach Verkehr besser befriedigen als vorher, weil mit weniger Arbeitskraft und auch sonst effizienter, also dass man zum Beispiel in der Stadt so lange von A nach B braucht, liegt ja einfach daran, dass überall Autos im Weg sind. Also wenn man einfach nicht überall Autos hätte, wäre man ja viel schneller mit dem ÖPNV von A nach B, würde man kommen. So, das heißt also, man könnte das gesellschaftliche Bedürfnis nach Transport viel rationaler, viel besser befriedigen mit gesellschaftlicher Planung und hätte dabei noch ganz viele Arbeitskräfte quasi freigesetzt. Ja, Leute, die man dann für andere gesellschaftliche Zwecke einspannen kann. Oder noch ein Beispiel für Ineffizienzen der Marktwirtschaft. In Deutschland arbeitet eine knappe halbe Million Menschen in der Werbebranche, in Werbemarketing. So, das sind Leute, die tragen nichts zum stofflichen Reichtum der Gesellschaft bei. Was die machen, ist nicht den Wohlstand der Gesellschaft mehren, also das, was wirklich produziert wird an, was weiß ich, Marmeladengläsern, Autos, Massagen, sonst was, da tun die nichts zu bei, sondern die helfen nur konkurrierenden Kapitalen sich durchzusetzen. Ja, also, was weiß ich, Zott und Mövenpick oder so konkurrieren darum, welche Marmelade verkauft wird und stellen dafür Werbefachleute an und diese Leute sind nur dafür verantwortlich, dass diese Firmen sich untereinander bekriegen und dabei erfolgreich sind. So, das ist eine riesige Verschwendung gesellschaftlicher Arbeitskraft. In Deutschland zum Beispiel sagt man, es wird in zehn Jahren die große Pflegekatastrophe geben, denn dann wird eine halbe Million Menschen in der Pflege fehlen. Und ich denke mir so, ja, aber es mangelt doch nicht an Menschen, die diese Tätigkeit ausüben können. Die sind halt einfach nur in Bereichen, die keinen ernsthaften ökonomischen, also gesellschaftlichen Wohlstand schaffen, weil in der Marktwirtschaft halt auf diese verrückte Art und Weise gewirtschaftet wird und wenn man sich trauen würde zu planen, dann könnte man auch anders dasselbe Wohlstandsniveau erhalten oder das vielleicht sogar ausbauen. Das Argument, was immer dagegen angebracht wird, das hört man ganz oft so von Leuten, die sagen, so ja, aber der Sozialismus ist ja auch scheiße, die sagen auch ganz oft so, der Mensch ist nicht darauf ausgelegt, denn der Mensch ist gierig. Stimmt das überhaupt? Gut, das ist jetzt, das ist eine Frage des Menschenbildes, ich habe einfach kein feststehendes Menschenbild, also ich bin der Meinung, dass es gewisse Triebe gibt, die man jetzt schwer aus den Menschen rausbekommt, Selbsterhaltung, Sexualität etc. Ich glaube aber nicht, dass zum Beispiel Gier ein Trieb ist, der Menschen drin steckt und die man überhaupt nicht rausbekäme oder so, sondern ich glaube, der wurde schon gesellschaftlich sehr stark erzeugt. also, dass Leute, alles, was wir heute tun oder fast alles, was wir heute tun, wenn wir arbeiten, Geld verdienen, sparen, Geld ausgeben, all das, was wir da tun, ist ja kein Naturprodukt, sondern entspringt erstmal der Gesellschaft, in der wir aufwachsen. und das ist ein Prozess, der sehr, sehr lange gedauert hat, dass man diese Subjekte erzogen hat, die auf diese Weise sich verhalten, also dass man sagt, ich bin ein Marktsubjekt, das versucht möglichst viel für sich rauszuholen und mir scheißegal, wie es da bei dem Rest der Gesellschaft geht, weil jeder nur an sich selbst zu denken hat, das ist eine Subjektwerdung, die über Jahrhunderte erzeugt wurde, also ein mittelalterlicher Bauer hat nicht so gedacht. Der hat diese Form des Denkens nicht gekannt, die musste den Menschen schon antrainiert werden, deshalb finde ich es auch immer lustig, wenn Rechte sagen, ja die Linken wollen einen neuen Menschen, ja die wollen Sozialismus, dann müssen die doch einen neuen Menschen schaffen, da denke ich mir, das mag sein, aber die bürgerliche Gesellschaft hat sich auch ihren neuen Menschen geschaffen, die Leute sind nicht aus Jux und Dollerei in die Fabrik reinmarschiert morgens und nach 12, 14, 16 Stunden wieder zerschunden rausgekommen, das haben die gemacht, weil die dazu von Staat und Kapital wirklich mit Gewalt gezwungen wurden, also die Entstehungsgeschichte des Kapitalismus ist eine extrem gewaltsame, das ist eine Geschichte sozialer Enteignung, also dass Leute, die bis dahin Subsistenzwirtschaft betrieben haben, von ihrem Grund und Boden vertrieben werden, in die Städte, um dort für andere arbeiten zu gehen, arbeiten zu gehen, um andere reicher zu machen, das ist eine Transformation, in der der Staat Leute in Arbeitshäuser gesperrt hat, die da nicht mitgemacht haben und die vagabondiert sind oder die sich nicht selbst über Wasser halten konnten. Das heißt also, überall hat die Staatsgewalt zusammen mit dem Kapital diesen Menschen erst erzeugt, der Erwerbsarbeiter ist, der Vermieter, also all diese sozialen Typen, die wurden erst mit der Gewalt erzeugt und deshalb glaube ich, das ist Quatsch, von einem feststehenden Menschenbild auszugehen. Ja, das ist ja, da schlagen wir wieder den Bogen zum Anfang, zu der Idee, die Regeln, die wir haben, haben wir uns selbst gegeben und warum haben wir jetzt Angst davor, sie zu ändern, wenn wir sie doch selbst erschaffen haben. Und ich glaube, mit diesem Bogen kommen wir dann noch so langsam zum Ende. Letzte Frage, ohne nie mögen, wie werden wir eine gute Gesellschaft? Ach. Erkenntnisdrang, Selbstkritik, und Eigeninteresse. Also es ist ja wirklich, das Krasse ist ja eigentlich, dass man mal so etwas hatte wie eine Arbeiterbewegung, die ihr eigenes Interesse kannte, die wusste, dass sie in einem Antagonismus zum Kapital steht und dass man sich die Verbesserung des eigenen Lebens erkämpfen muss. Also dass man, dass man weniger arbeitet oder dass man höheren Lohn bekommt. Das wusste, diese Arbeiterbewegung ist eine Sache des Kampfes. Es wird einem nicht geschenkt, sondern das muss man sich erkämpfen. Und wir haben mittlerweile eine Arbeiterbewegung, oder wir haben keine Arbeiterbewegung mehr. Wir haben zwar noch Arbeiter, aber die verstehen sich nicht als solche. Die wollen mit Arbeiterbewegung nichts am Hut haben. Die stören sich vielleicht an Ausländern, aber nicht an ihrer untergeordneten Stellung im Produktionsprozess. Und die haben ihr eigenes ökonomisches Interesse völlig aus den Augen verloren. Und ich glaube, das wäre das Erste, was ich mir wünsche, dass die Menschen wieder anfangen, ihre eigenen Interessen mal zu erkennen und wahrzunehmen. Also es ist permanent so, dass die Leute sich, die Erwerbsarbeiter sind, dass sie sich permanent den Kopf zerbrechen über die Probleme des Kapitals. Also dass Erwerbsarbeiter Sachen sagen wie, was weiß ich, ich kann doch hier nicht höhere Löhne fordern und dann verliere ich doch meinen Arbeitsplatz oder so. Ja gut, klar, wenn man schon direkt das Problem des Kapitals zu seinem eigenen macht, dann wird man auch niemals eine Verbesserung im eigenen Leben bekommen. Das heißt, ich würde mir überhaupt erstmal wieder sowas wünschen wie eine Arbeiterbewegung, das was früher mal Sozialdemokratie war und dass dann diese Leute auch darüber hinaus Lust haben auf eine andere Form von Gesellschaft. Vielen Dank, Ole Niemann. Danke dir. Das war die gute Gesellschaft. Der Interview-Podcast mit Bent-Erik Scholz. Neue Folgen immer donnerstags überall, wo es Podcasts gibt. Danke fürs Zuhören. Danke fürs Zuhören. Danke fürs Zuhören. Das war also. Vielen Dank.